Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge der Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr seht mich hier heute auf dem Account, der irgendwie nicht so wirklich aus dem Quark kam. Es ist mein eigentlich recht frischer Rathaus 12 Account, aber mit dem komme ich nicht so richtig aus der Rufe, muss ich sagen. Da habe ich mich unheimlich schwer mitgetan. Vor allen Dingen jetzt, wo demnächst die neue Liga anfängt, würde ich natürlich gerne mit dem teilnehmen, gar keine Frage, aber ich bin immer so einer, ich nehme eigentlich immer oder greife dann wieder ins Geschehen ein, wenn ich alles habe, also alle Armeelager habe, habe schon mal ein paar Truppen, so ein paar Truppen so auf Status eines, wartet mal eben, eines vollwertigen Accounts, bevor ich so mit so einer halben Armee hier losziehe. Das mache ich eigentlich nicht so gerne und, aber jetzt habe ich, ah, jetzt habe ich die Karre da rausgeholt. Das lag auch wahrscheinlich daran, dass ich das nicht machen wollte. Okay, ist das nicht so schlimm, dass meine Truppen hier jetzt rumlatschen. Das können die ruhig. Hier hinten muss das Lager mal weg sein, denn die meisten Ressourcen sind, sind hier sogar außen. Also das ist jetzt alles nicht so schlimm. Die meisten Sachen sind hier außen, die können hier ruhig ein bisschen rumgehen. Okay, der schwarze Pott ist natürlich jetzt da vorne. Ist vielleicht nicht so, nicht so günstig. Ich habe auch echt viele Sprungzauber dabei. Nämlich keinen. Ich sollte vielleicht doch einen Sprung mitnehmen und nicht ganz so viele von den anderen Sachen hier. Den zünde ich hier mal. Schaffen die das da vielleicht durchkommen? Mit der Queen. Ah, bis zum dritten Entferner. Ich muss mich da auch wirklich dran gewöhnen, dass ich mit dem Account hier ja so ein bisschen jetzt anders fahren muss. Also, ah, geht aber noch ganz gut. Geht noch ganz gut. Wir haben hier noch einen Ballon. Den können wir hier auch ganz klar bei der Luftabwehr setzen. Toto, perfekt. Gut gemacht. Und da haben wir jetzt, ah, wir sind schon am Rathaus. Das ist cool. Wir sind am Rathaus. Das ist auch noch nicht ganz so stark. Meins ja auch noch nicht. Und geht die jetzt vielleicht noch auf den, ah, die geht noch aufs Dunkle. Wunderbar. Die geht noch aufs Dunkle. Jetzt wird die natürlich das Zeitliche segnen, meine Queen, durch den, ist das ein Single Inferno? Nee, ist ein Multi. Ach, das ist ein Multi. Ei, das ist ja doch ein Multi, oder? Nee, doch, ist ein Single. Der Strahl wird jetzt gerade breiter. Jetzt ist er ganz breit. Okay, lag ich doch nicht ganz richtig. Ganz unrichtig. Also, es ist doch hier ein Single Inferno. Aber, oh, wir haben den doch ganz gut gemacht. Okay, wenn du manchmal nicht glaubst, dass es drei werden. Aber es werden drei Sterne. Ich brauche da auch so ein bisschen was für Mauern. Ich habe noch ein bisschen Pass, äh, nicht Pass zu spielen, sondern Clanspiele zu spielen für den einen oder anderen Punkt. Ich mache das jetzt so ein bisschen so für mich. Ähm, denn ich habe mit allen Accounts, ja, der war jetzt, der war jetzt auch mal gut. Ich habe unheimlich lange gesucht. Ich habe jetzt nochmal runtergedroppt die Pokale. Denn irgendwo war ich, ihr seht das jetzt, ich bin jetzt Meister 1. Ich war, ich habe eben von Champ 1 auf Meister 1 runtergedroppt. Denn ich habe keine ordentlichen Gegner gefunden, die mal so einigermaßen, so wie dieser hier, mal ein bisschen Loot für mich hatten. Und, ähm, ah, da habe ich auch den, den Bonus-Challenge, äh, habe ich noch zwölf Stunden Zeit. Also, ihr seht das hier, mein Dorf, ihr habt es auch gesehen. Wir wollen auch die Hämmer ausgeben. Und auch hier habe ich mich unheimlich schwer getan. Ich kam mit diesem Account hier nicht richtig in Fahrt. Das lag sicherlich auch da dran. Ich will mal eben nachbauen. Dass ich, ähm, so, wir haben aber eben gesagt, wir machen hier ein weniger und nehmen doch mal einen Sprung mit. Dass ich, ähm, kein Labor hatte. Ich habe das Labor unheimlich spät gemacht. Ich habe das Labor unheimlich spät gemacht hier. Und deswegen kam ich hier nicht so wirklich in Fahrt. Habe jetzt im Moment noch zwei Armeellager am Laufen. Eins habe ich ja schon fertig. Einen Infernoturm und habe eigentlich zwei Bauarbeiter. Die brauche ich jetzt aber auch. Denn wir wollen ja ein bisschen die Hämmer ausgeben, die wir noch haben. Ich bin hier eigentlich, eigentlich bin ich ganz gut bestückt hier. Man will ja immer so aufs Rathaus hämmern, ne? Eigentlich bin ich ganz gut, ähm, bestückt hier, was so Ruhen angeht und auch Bücher angeht. Es kommt ja jetzt auch wieder was, ähm, hier rein. Das heißt also, wir müssen hier auch ein bisschen was ausgeben. Vielleicht auch noch den einen oder anderen Trank. Ähm, denn hier im Pass habe ich mir schon recht viel rausgeholt. Da ist jetzt also nicht mehr so wirklich viel, so richtig viel zu bekommen. Ich glaube, hier haben wir nochmal 500 Gold. 500.000 Gold, die können wir uns hier nochmal rausholen. Aber an Ressourcen war es das hier. Nur noch ein paar Bücher. Zauberbuch muss ich mal sehen, was ich, ähm, damit mache. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt vier Hämmer. Eben mal anfordern, Tagesquest-Clanspiele. So fordere ich jetzt an, habe ich mal in einem Clan gesehen. Und ich wollte auch den Adler ganz gerne hoch haben. Aber nicht mit dem Hammer, sondern glaube ich ganz normal gemacht, oder? Ja, ich glaube, den machen wir ganz normal. Ähm, da geben wir in jedem Fall das Gold für aus. Denn es lohnt sich, glaube ich, nicht da den Hammer zu nehmen. Ähm, ja, das Ding läuft allerdings auch ein paar Tage. Ich will es jetzt ganz gerne noch machen, bevor der Pass ausläuft. Denn, hören und staunen, ich habe noch nicht ein einziges Lager hier hoch gemacht. Ähm, liegt daran, dass man, dass ich hier den Pass spiele. Und mit dem Pass brauche ich das erstmal nicht. Ich muss mich da natürlich ranhalten, ähm, gerade zu Anfang des Passes, dass ich hier vielleicht doch noch so das eine oder andere hochklopfe. Ist jetzt auch nicht so teuer mit 2,4. Aber ihr seht, ich habe auch noch genug Gold im Petto und auch noch ein bisschen Elex. Also wir können in jedem Fall was machen. Und ich würde sagen, wir fangen auch mit dem Adler hier an. Den nehme ich hier mit 11 Tagen hoch. Und den mache ich mir mit dem Unibuch, glaube ich, fertig. Ich glaube, ich habe kein Baubuch, ne? Ich habe kein Baubuch im Moment, in der Tat. Den nehme ich mit dem Unibuch hoch. So war das auch von mir geplant. Irgendwann muss ich es ja auch mal ausgeben. Und dann habe ich schon mal die längste und die beste Defense, glaube ich, oben. Also Hammer 1 hier kein Thema ausgegeben. Ich glaube, wir können hier, wir können hier mal ein bisschen boosten. Wir können hier mal ein bisschen boosten, damit das alles ein bisschen fixer geht hier. Dann nehmen wir uns gleich noch die Queen vor. Hier im Labor laufen bei mir im Moment die Bowler. Aber die mache ich mir auch fertig. Also, ja, dann habe ich die nämlich jetzt schon auf 4. Und die gehen auch jetzt nicht noch ein Level, glaube ich, hoch. Nein, die gehen kein Level mehr hoch. Ich muss mich jetzt entscheiden, was ich eigentlich mit meinem Hammer mache. Ich habe ja einen Truppenhammer. Und ich würde ganz gerne auch einen Truppenhammer benutzen. Ich weiß im Moment nur nicht, wofür. Ob ich jetzt die Schweinereiter nehme oder vielleicht, ja, die Hexen sind auch stark. Stark sind auch die Miner, der E-Drachen. Ich könnte so viel machen. Immerhin habe ich die Jedi schon auf 2. Das heißt, die habe ich schon mal auf Max Level. Die werden wir auch die Tage mal benutzen hier mit Rathaus 12, ob die genauso gut kommen. Und auch an Zaubern. Ich habe ja auch einen Zauberhammer, weiß ich nicht. Nehme ich den Gift, der läuft 8 Tage. Oder nehme ich irgendwas anderes, vielleicht den Wut mit 9 Tagen. Der läuft ein bisschen länger. Es ist schwierig. Wut, brauchst du eigentlich immer Wut. Wut, brauchst du eigentlich immer. Und ich glaube, wir nehmen auch den Wut-Fries. Kann man auch gut gebrauchen. Aber 0,5 Sekunden. Schwierig. Ich glaube, wir nehmen den Fries hier. Wir nehmen den Fries mit dem Zauberhammer. Und dann haben wir den Wut-Zauber. Sorry Leute. Mit dem Zauberhammer. Dann haben wir den auch schon mal oben. Und jetzt haben wir noch einen Hammer über hier für die Truppies. Wir haben noch einen Hammer für die Truppies über. Aber die laufen richtig lange hier. 11 Tage. Komm, die Hawk Rider kannst du auch auf 12 gebrauchen. Denke ich mal. Nehmen wir uns hier mit nach oben. Und dann haben wir jetzt nur noch den hellen Hammer. Den wollte ich eigentlich nicht. Ah ja, und den Gebäudehammer. Den wollte ich aber eigentlich jetzt nicht für die Queen nehmen. Wenn sie jetzt gerade am Regen ist, dann ist sie nämlich vor allen fertig. Den letzten Hammer hier wollte ich für das letzte Armeelager nutzen. Ich gucke mal gerade, das läuft ganz normal aus. Das ist schon fertig. Das ist noch nicht fertig. Das nehmen wir mal. Das läuft auch 11 Tage. Dann könnte ich in 4 Tagen nämlich soweit sein, dass ich wieder CWL spielen kann. 4 Tage, 21 Stunden ist mein letztes Army Camping fertig. Und in 4 Tagen, glaube ich, lass mal gerade nachgucken, in 4 Tagen, 18 Stunden startet die Liga. Also ich hätte dann 260 Truppen, kann also hier an der CWL spielen. Wo ich dann genau spiele, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, ob ich das hier mache oder im anderen Clan. Ich würde sagen, wir recken kurz mal durch. Dann schlagen wir uns die Queen hier noch einen höher und gucken mal, was wir noch mit unserem Elex machen können. Mal sehen, ob ich da jetzt was Sinnvolles für uns finde oder ob ich es mir aufspare. Denn im Moment habe ich natürlich keine Forschung. Habe ich keine Forschung hier am Laufen. Also da müssen wir in jedem Fall was tun. Und pumpen tue ich auch in dem Dorf hier. Und ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut fürs Recken. Und dann machen wir noch weitere Angriffe hier. Also mal eine normale Farmfolge. So, okay. Der Reck ist, glaube ich, durch. Und was hat man gesagt? Wir machen uns... Ah, ne, jetzt haben wir hier den Boost drin. Oh, shit. Ach, Leute. Ihr macht mich fertig. Okay, jetzt haben wir natürlich den Boost drin. Der Boost endet jetzt. Dann hauen wir den per Juwelen hinterher. Ja, und dann haben wir die zumindest alle gleich. Ja, Toto. Und damit habe ich auch jetzt schon ganz nett was ausgegeben. Wir haben noch ein Heldenbuch. Heldenbuch haben wir noch. Wir haben auch noch ein bisschen Runen. Dunkle Rune. Also ein bisschen geht ja noch. Müssen wir mal gucken, wie wir was, wo, wann machen. Runen kann ich im Moment, glaube ich, jetzt nicht mehr kaufen. Beziehungsweise ich kann keinen Hammer mehr kaufen. Im Moment fünf Tage, vier Tage. Erstmal jetzt ein bisschen Ruhe vor den Dingern. Ich habe auch nicht mehr so viele Medaillen, muss ich sagen. Wie gesagt, der Start ist sehr holprig. Ich habe aber gesehen, dass hier im Clan noch jemand auf Rathaus 12 gegangen ist. Und zwar auch recht frisch, muss ich sagen. Ich glaube, es ist Susann hier. Und auch mit einem 1er Rathaus im Moment. Auch da weiß ich gar nicht, wie weit die jetzt mit ihren Truppen ist. Beziehungsweise mit ihren Lagern vor allen Dingen. Aber auch die kloppt die Lager hier wie eine Irre hoch, sehe ich gerade. Und, ach nee, hat sie. Wieso zeigt er mir hier schon 200? Ach nee, wir haben ja 280 Truppen. Oh, da habe ich mich. Ich bin immer noch so auf den Rathaus 11 Trip. Okay, habe ich mich eben total vertan. Nicht 260 Truppen, Leute. Heute 280 Truppen. Okay, da ist sie aber auch hier heftig dabei. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das so als Rathaus 10, 11 auch genutzt habt. Vor allen Dingen die Feiertage mit den Händlern hier. Ja, der Händler. Oh, den können wir mitnehmen. Der Händler. Wir haben ja, ich habe ja nochmal in die nächsten Händler reingestreamt. Nämlich in den letzten Händler haben wir reingestreamt. Und alle, die dabei waren, ich kann es euch gar nicht mehr zeigen, weil ich musste die Videos löschen. Aber alle, die live auf Twitch in dem Stream waren, haben gesehen, dass ich zu Anfang, als das nochmal gewechselt hatte, also wirklich die Sekunde, wo das gewechselt hat in der Nacht, das war so gegen 1 Uhr circa, ich hatte nochmal dreimal freie Sachen beim Händler mit meinem Rathaus 13. Und habe nur zwei genommen, nämlich eine Bauarbeiter-Potion und eine Ressource-Potion, also eine Forschungs-Potion. Und es war da, wo jetzt hier der Baum ist. Dort war in der Nacht noch ein Buch des Bauens. Konnte ich aber nicht nehmen, weil ich noch eins hatte. Und ein paar Minuten später, ich schwöre Leute, war der Shop anders. War der Shop wieder normal, es gab wieder normale Dinge. Und für Gems oder halt gratis, je nachdem, wie der Shop dann bei denjenigen aussieht. Aber ich schwöre, es war so. Und die, die das gesehen haben, wir haben auch da mal wieder echt gelacht. Ich habe gedacht, alter geil, nochmal drei freie Sachen. Und dann konnte ich die eine Sache nicht nehmen. Und dann haben wir ein paar Minuten später nochmal reingeguckt. Das war irgendwie ein Nachtback oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich mir nochmal zwei freie Sachen tatsächlich nehmen. Das konnten viele andere nicht, die halt ein bisschen später da waren im Shop. Die hatten dann schon wieder den normalen Shop. Aber ich hätte mir nochmal, hätte mir eigentlich drei Sachen abgreifen können. Naja, egal. Habe ich auch mit keinem, keinem anderen Account gemacht. Ich glaube, es war wirklich nur der Rathaus 13. Denn mit dem war ich ja online und habe dort auch ein wenig gefarmt und Pass gespielt. Beziehungsweise Clanspiele gespielt. Aber ich muss ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger suchen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal so eine kleine Droprunde einlegen. Jau, jau, jau. Ich glaube, bevor ich jetzt nochmal eine Mille wegskippe wie eben. Eine Mille eben wieder weg. Es gibt, das wäre wieder ein Brüller gewesen im Livestream. Nehmen wir doch ihn hier mal mit. Nehmen wir mal einen Loon hier vorweg. Und fünf Pfeiler habe ich jetzt immer dabei. Vier reichen eigentlich ja auch beim Farm, glaube ich. Ich glaube, vier Stück reichen auch beim Farm. Ach so, das ist noch die Armee, wo ich jetzt die drei habe. Meine Folge Armee hat ja dann etwas mehr. Ja, hier müssen wir einmal ein wenig die Queen ein wenig wuteln. So, dann nehmen wir unsere Karre. Ich habe immer meine Karre dabei. Das passt eigentlich immer ganz gut. So, King, du kannst erst die Bauhütte machen. Aber dann bitte der Karre folgen. Dankeschön. Wunderbar. So sieht das gut aus. Worden hinterher. Und dann kann das hier losgehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch 13 Party-Versatz. Sind ja gar keine Party-Versatz. Shit. Sind ja die Eismagier. Die habe ich natürlich dabei. Komm, fress euch mal richtig durch die Wand. Die habe ich natürlich dabei, um das Event hier noch zu spielen. Komm, machen wir das weg. So, da sind die schon mal durch hier. Die Packies. Wunderbar. Dann ziehen die hier nochmal richtig durch. Jawohl, King ist noch mit dabei. Ah, läuft. Läuft. Wunderbar. So passt das. So können wir es machen. Und dann ziehen wir hier sechs Bogenschützen nochmal nach. Einmal den Lucky. Und wir gucken mal, wo wir noch den einen Free setzen können, oder? Ah, guck mal, brauche ich gar nicht. Die Magier sind nicht schlecht. Die Magier sind nicht schlecht. Viele waren am Nölen. Ich habe das Event noch offen hier für zwei Hero Potions. Das mache ich noch. Ich werde auch, glaube ich, morgen CW mitspielen, dass ich nochmal ein bisschen die Potions hier nutze. Bevor ich die dann nur wieder in Gems umsetze, weil ich wieder alle Pötte so voll habe. Könnte man die ja mal sinnvoll umsetzen. Okay, ich habe gleich alle drei Helden fertig hier. Beziehungsweise, ja, es läuft. Es läuft ganz gut. Ich komme jetzt so langsam aus Rufe. Ich habe jetzt auch ein paar Mauern mit dem noch gemacht hier. Train wir mal Quick nach. Einmal die. Eigentlich, äh, hier fehlt mir eigentlich auch immer die Karre zum Quick Train. Ich meine, ich habe im Moment nur die eine Siege-Maschine, also die eine Belagerungsmaschine. Da muss die Werkstatt noch leveln. Aber gerade, wenn man jetzt genau weiß, äh, die nehme ich sowieso wieder mit, dass man die hier auch im Quick mit drin hat. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist oder ob das nicht so sinnvoll ist. Aber hier ist jetzt der Sprung noch nicht dabei, sehe ich gerade, weil wir einen Fries aufgespart haben. Das ist immer ein kleines Problem. So, dann haben wir hier nämlich den Sprung und hier hatten wir den Sprung nicht. Hier haben wir ihn jetzt drin. Und dann lasse ich mir mal gerade noch ein paar Truppen spenden. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Wir haben ja alle Zeit der Welt Richtung 2020. Ja, es geht ganz hart den Jahreswechsel entgegen. Und ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen was mit euch und für euch. Und, äh, da lasst euch aber überraschen. Ähm, wir werden in jedem Fall noch am Wochenende, glaube ich, auch live streamen. Denn ich habe ja noch ein wenig Luft. Und, äh, ja, schauen wir mal. Ich weiß noch nicht genau, ob ich YouTube mit reinnehme. Ähm, am Mittwoch habe ich auch auf Twitch gestreamt. Also, wo es noch mal in den letzten Shop reinging. Äh, das war aber auch in Ordnung. Und, ähm, ich glaube, das, äh, passt mir im Moment auch ganz gut, so wie es ist. Aber lasst euch überraschen. Ich gebe mir mal eben ein paar Truppen, dass wir weiter fahren können. Naja, Leute, wenn ich eins... Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu laut. Wenn ich eins hasse, dann ist das, wenn du kurz mal weggehst zum Essen, während du aufnimmst und danach kommst nach oben und bist erstmal blank gefahren. Ja, beziehungsweise wurde es angegriffen. Äh, dann zieht sich so eine Folge immer auch gerne mal so ein bisschen hin, was so die Aufnahmedauer angeht. Das heißt also erstmal ein bisschen die Helden, dann alle wieder recken und, und, und. Äh, der ist schon sehr leidig. Aber egal. So ist das Clash of Clans Leben hier. Und jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Wo geht unsere Queen hin? Die geht genau dahin, wo ich sie hinhaben will. Wunderbar. Dann nehmen wir hier die Körre und einmal unseren King. Wir nehmen hier jetzt erst die Magier. Wir lassen die Magier mal tanken. Hintergrund ist, dass die Magier ja erstmal auf defensive Gebäude gehen. Das heißt also, die gehen nicht auf, auf, ähm, Elex oder Armeelager, äh, auf, äh, andere Sachen, sondern die gehen ja erstmal auf, äh, ja, ja, hier müssen wir, die gehen erstmal auf. Ja, wo gehen die denn eigentlich drauf? Toto, hast einen Faden verloren. Ja, hat er. Äh, die gehen erstmal nur auf Verteidigungsgebäude, bevor sie dann andere Lager etc. angreifen. Und wir ziehen hier alle Register, Leute, wir müssen alle Register ziehen, dass wir das Dorf hier weggefarmt bekommen. Aber das sieht ganz gut aus. Das hier ist der letzte Entfernung mit dem Bogenschützenturm. Den nehmen wir auch nochmal in Frost. Dann haben wir auch alle Zauber genutzt. Wunderbar. Ja, so ein bisschen geht es ja, ein bisschen geht es ja voran hier mit mir. Wenn auch schleppend, aber es läuft. Ich habe jetzt eben übrigens gesehen, die Schweinereiter gehen natürlich noch ein Level höher. Hurra, okay, der Toto ist ein bisschen verpeilt. Manchmal. Die gehen noch ein Level höher. Habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass die ja schon auf Level 9 gehen bei Rathaus 12. Und auf Level 10 dann bei Rathaus 13. Habe ich nicht drauf geachtet. Wir gehen noch ein bisschen näher rein hier in die schönen Truppen. Und naja, ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Vor allen Dingen, wie es die nächsten Tage jetzt in der Liga weitergeht. Ich werde hier mit diesem Account in jedem Fall das Event mit den Eismagern noch spielen. Ich werde vielleicht auch mal eine Hero-Potion einschmeißen oder sowas. Aber erstmal werde ich gleich noch wieder ein paar Pokale droppen. Nicht, dass ich dann wieder ratzifatzi in Champion bin hier und wieder keinen Loot finde. Ich würde ganz gerne ein paar Kobold-Runden einlegen. Nochmal ein paar Trainingstränke hier vor allen Dingen nutzen. Wir geben das Elex gleich in jedem Fall aus. Gar keine Frage. Denn wir kriegen hier ja aus dem Pass dann noch die Vorteile heraus. Und da soll natürlich alles in die Lager gehen. Ich meine, sie sind jetzt nicht so super hoch. Man kann natürlich überbuchen. Also es passt dann mehr rein, als wirklich drin ist. Aber ich muss dann auch irgendwann doch dann mal anfangen, die Lager zu machen, glaube ich. Und sonst habe ich ein Problem, wenn ich noch keinen Pass angespielt habe und dort natürlich noch nicht die Vorteile drin habe, die man jetzt so drin hat. Und dementsprechend ist das dann nicht so optimal. 88, 125, das passt so. Also ich bustle mal noch ein bisschen weiter mit der hier. Ich hoffe, ich habe genug Eismagier dabei. Geht das hier voran? 13 Stück. Ja, ich dachte gerade wieder. Aber das ist auch ein Klassiker. Musst du 13 Stück benutzen und ziehst immer mit 12 los. Also wir nehmen das Lager hier noch hoch, damit hier 240.000 dann danach reinpassen. Und fehlen tun wir das jetzt nicht. Das machen wir dann später, würde ich so sagen. Dann nehmen wir den letzten Bauarbeiter hier auch noch mit ins Geschehen. Der kann was Billiges machen, was nicht so lange läuft. 19 Stunden hier, schöne Sprungfalle. Und dann boosten wir unsere Bobs hier auch. Ich glaube, ich habe zwei Stück davon. Ja, wunderbar. Dann kriege ich zumindest wieder einen Bauarbeiter frei, wenn ich denn vielleicht die Queen nochmal ein Level hochziehen kann oder vielleicht den King. Oder halt, im Moment habe ich natürlich jetzt nichts zu forschen. Das ist ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Einen Tod musste ich jetzt sterben. Truppen oder Hämmer oder was auch immer. Also es geht hier voran. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn wir mal wieder ein bisschen gefarmt haben. Hier im Rathaus 12 Bereich. Rathaus 10 kommt jetzt die Tage wieder. Auch frisch ging es beim Barfuß da weiter. Also lasst euch ein bisschen überraschen. Und habt vor allen Dingen ein schönes Wochenende. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Clashed. Clashed.